Mobilität ist der rote Faden, der die Punkte unseres Alltags miteinander verbindet. Doch unser heutiges Verkehrsverhalten geht zu Lasten der Umwelt. Wir glauben, Innovation ist der Schlüssel zur Entfaltung von Fortschritt, zur Entwicklung von Mobilitätslösungen, die uns auf der Straße halten und gleichzeitig umweltschonender sind. Co-Processing ist eine dieser Lösungen. Ein innovatives Verfahren, das zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt. Um zu verstehen, worum es beim Co-Processing geht, werfen wir einen Blick auf unsere Raffinerie in schwächert Österreich. Hier haben wir einen 35 Meter hohen Reaktor, eine 40 Meter hohe Kolonne, 500 Rohrleitungen und 800 Tonnen Stahl installiert, um eine bestehende Hydrieranlage in eine Co-Processing Anlage umzuwandeln. Diese modernisierte Anlage produziert Dieselkraftstoff, allerdings nicht die Art von Diesel, die allgemein bekannt ist. Konventioneller fossiler Diesel wird aus reinem Rohöl hergestellt, einem fossilen Brennstoff. Beim Co-Processing können wir erneuerbare biogene Materialien, wie Pflanzenöle und Abfallprodukte, zum Beispiel gebrauchtes Speiseöl verwenden, um einen Teil des Rohöls zu ersetzen. In der Co-Processing Anlage werden biogene Rohstoffe zusammen mit fossilen Brennstoffen verarbeitet. Beide Komponenten werden in einem Reaktor hydriert und von Sauerstoff und Verunreinigungen befreit, um unseren neuen Premium Hochleistungsdiesel herzustellen, der an unseren Tankstellen als Max-Motion Diesel erhältlich ist. Der biogener Anteil macht 20 Prozent des Endprodukts aus, was eine 11-prozentige Reduktion der CO2-Emissionen im Vergleich zu fossilen Diesel bedeutet. Gemeinsam mit unseren KundInnen tragen wir so dazu bei, die CO2-Emissionen aus dem Straßenverkehr schrittweise um etwa 360.000 Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Stellen Sie sich 38.000 Autos vor, die einmal rund um den Äquator fahren. Das ist die Menge an CO2-Emissionen, die mit Co-Processing und der Verwendung nicht fossiler Rohstoffe pro Jahr eingespart werden kann. Und genau das ist unser Ziel, Lösungen für die Herausforderungen von heute zu entwickeln. Für eine nachhaltigere Zukunft mit den innovativen Kraftstoffen der OMV und unserem neuen Premium Diesel.